Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourier-Reihen. Letztes Mal haben wir uns ja angeguckt, dass wir für die Dirich-Lehkerne so eine allgemeine Darstellung haben, und ein paar alternative Darstellungen haben. Und zwar haben wir uns überlegt, dass für jede reelle Zahl u zum einen diese Dirich-Lehkerne dargestellt werden können als so ein Bruch von zwei Sinus-Funktionen, dann als Kosinus-Reihe in Anführungsstrichen und einmal dann über die Euler'sche Formel als komplexe Exponential-Funktion. Das hatten wir letztes Mal bewiesen und während es beweist hat, ist mir quasi aufgefallen, dass das auch für die ursprünglich ausgeschlossenen Vielfachen von ganzen Zahlen gilt, wo man das halt eben hier rüber retten kann. Das hatten wir alles dann eben entsprechend ausgelagert als kleine Übungsaufgabe für euch. Und heute wollen wir weitermachen, indem wir die Dirich-Lehkerne mit Fourier-Reihen in Verbindung setzen, damit wir überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommen, warum machen wir das überhaupt. Und das ist die nächste Definition. Das ist Definition 2, 4. Und die definiert jetzt sogenannte entpartielle Fourier-Summen. Also wir nehmen uns quasi die Darstellung der Fourier-Reihe und brechen die aber nach n-Termen ab. Das ist so die grundlegende Idee. Also wir betrachten irgendein f aus L1 von minus p bis p. Und wir nehmen uns ein n aus n. Und dann definieren wir sn, klein sn, von f zu einem gegebenen t, das t kommt hinterher aus r, als die Summe von k gleich minus n bis n. Und jetzt kommen hier die Fourier-Koeffizienten f-Hut von k mal e hoch i k t. So, das kriegt auch eine Nummer. Und das sind die sogenannten entenpartiellen Fourier-Summen. Ja, aber im Gegensatz zu einer Fourier-Reihe brechen wir hier halt nach endlich vielen Gliedern ab. Und deswegen haben wir halt einfach nur eine Summe darstellen. Diese Darstellung, diese partiellen Fourier-Summen können wir jetzt mit den Dirichle-Kernen verheiraten. Und das ist eine relativ einfache Formel, wenn man so möchte. Aber die führt dann halt Dirichle-Kerne und Fourier-Reihe zusammen. Bis jetzt stehen die Dirichle-Kerne ja so ein bisschen im luftleeren Raum, möchte ich mal sagen. Und das ist jetzt sozusagen das Verbindungsstück, denn es gilt, dass ich diese Fourier-Summe da oben, das Sn von f, t, dass ich das schreiben kann als 1 durch 2 Pi mal das Integral von minus Pi bis Pi, also einmal über den gesamten Raum, über den wir sind, integriert. Und dann müssen wir hier den Dirichle-Kern nehmen, aber um S verschoben und das dann gegen f von S dS integrieren. Und diese Darstellung gilt für t aus R. Ja, natürlich für f in L1 von minus Pi bis Pi, weil sonst ist das Integral nicht wohldefiniert. Machen wir mal wieder einen Knoten ins Ohr, weil das müsste nur im Skript stehen. So. Genau, das wollen wir jetzt beweisen. Das ist jetzt tatsächlich auch kein großes Hexenwerk. Das ist, mehr oder weniger fällt das so ein bisschen vom Himmel. Weil man benutzt jetzt einfach nur die Definition dieser partiellen Fourier-Summe und man benutzt die Darstellung der Fourier-Koeffizienten. Und dann muss man ein bisschen rumspielen. Wir gucken uns das jetzt an. Also im Prinzip, es gilt folgendes. Wir fangen mal links an. S n von f t. Das ist ja nach Definition, also nach 2, 3, zunächst nichts anderes als diese Summe. Von k gleich minus n bis n. Über f hud von k mal e hoch i k t. Für das f hud können wir jetzt ansetzen, die Darstellung für die Fourier-Koeffizienten. Das ist Formel 1.5. Dann bläht sich das hier jetzt natürlich auf den ersten Blick ein bisschen auf, weil wir jetzt hier drin nämlich ein Integral erzeugen. Und zwar 1 durch 2 pi mal das Integral von minus pi bis pi. f von s e hoch i k s. e s. So, und das Ganze hier, das wird dann noch multipliziert in der Summe mit e hoch i k t. So. Jetzt haben wir hier aber einen Vorteil. Wir haben hier eine endliche Summe. Wir haben hier 2n plus 1 zum Mann. Das heißt, wir dürfen die Summe und die Integrale vertauschen. Genauer gesagt können wir halt jetzt hier hingehen und sagen, wir nehmen diese Summe und ziehen die quasi einmal ganz unten drunter. Und zwar bis vor die Summe, bis vor die e hoch i k s-Therme. Und wenn wir das machen und das Ganze hier hinten mit dem e hoch i k t noch verwurschteln, weil das dürfen wir sowieso hier reinziehen. Das ist ja unabhängig von s. Das heißt, das kommt hier auch noch mit rein. Machen wir das auch noch eben kurz ein. Also das kommt hier noch mit dazu. Dann landen wir bei folgender Darstellung. Das Integral ziehen wir ganz nach draußen. Den Faktor 1 durch 2 pi, den können wir auch nach vorne retten. Und dann bleibt hier drinnen stehen jetzt f von s. Dann kommt die Summe. Und in der Summe passiert jetzt halt einfach nur noch dieses e hoch i k s mal e hoch i k t. Das heißt, wir können das hier ein bisschen ausfriemeln. Oh, schuldigung, da fehlt ein Minuszeichen. Hier fehlt ein Minus. Und dann kommen wir dabei raus bei e hoch i mal k. Ja, und dann bleibt da t minus s stehen. So, und das Ganze dann ds. So, und jetzt gucken wir uns nochmal an, was wir hier oben gerade für Formeln bewiesen haben. Da steht ja gerade, dn von u ist die Summe k gleich minus n über e hoch i k u. So, das heißt, wenn wir jetzt mal u gleich t minus s setzen, dann haben wir hier mit dieser Darstellung 2,2 gerade unten diesen Dirichleckern an der Stelle t minus s stehen. Das heißt, das ist mittels dieser Formel 2,2 gerade 1 durch 2,2 integral minus p bis p. Ja, jetzt mache ich das hier mal so kenntlich. Also wir haben hier, hier haben wir dann dn von t minus s. Und hier bleibt dann eben das f von s stehen. Ja, und das ist aber auch gerade die Formel, die wir zeigen wollten. Das heißt, damit sind wir an dieser Stelle fertig. Ja, das ist das, was ich meinte. Es ist jetzt kein besonders tiefer Beweis, aber es bringt zumindest schon mal so eine gewisse Struktur in die Betrachtung dieser Dirichleckerne, weil bis jetzt fielen die eben so ein bisschen vom Himmel. Ja, das heißt, ganz anschaulich gesprochen, haben wir jetzt mittels dieser Darstellung 2,4 hier, die auch noch die Nummer 2,4 halten sollte, haben wir die Dirichleckerne mit den Fouillereien verheiratet. Mal so ganz plakativ gesprochen. So, jetzt ist es allerdings so, dass wir ja im Prinzip immer noch darauf hinaus wollen, dass wir diese Konvergenz von Fouillereien untersuchen. Das heißt, was jetzt letzten Endes dahinter stecken sollte, ist so ein Grenzübergang n gegen unendlich. Weil dann kachelt uns hier vorne die interpartielle Fouillersumme gegen die Fouillereie unter geeigneten Annahmen. Und dann kann man vielleicht hier hinten über diese Integraldarstellung was retten. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Diese Konvergenzanalyse von Fouillereien mittels dieser Dirichleckerne ist schwierig. Das liegt daran, dass die zum einen sowohl positive als auch negative Werte annehmen und zum anderen aber auch gegen unendlich oszillieren. Also die schwanken halt weiter auf, je weiter ich quasi mit dem n hochgehe. Das ist aber auch irgendwo schon vorausgesehen, sag ich mal. Denn wir haben ja gezeigt, dass dn von u an den Stellen 2kpi gerade 2n plus 1 ist. Das heißt, wenn ich das n jetzt hoch genug schraube, muss das Ding gegen unendlich gehen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Weil sonst wäre das halt irgendwo ein Widerspruch zu einem der Sachen. So, und da wir das jetzt halt eben passen können, können wir dann damit begründen, dass das vielleicht nicht die optimale Variante ist, uns darüber zu unterhalten. Und deshalb gucken wir halt dann nach einer besseren Variante, indem wir die Dirichleckerne geeignet mitteln. Wie auch immer wir das dann tun. Sodass nämlich diese Schaden quasi ausgewetzt werden. Aber jetzt wollen wir uns zunächst mal diesen Satz formulieren, der halt hinter dieser Konvergenzanalyse steckt. Und das ist Satz 2,6. So, und der sagt jetzt folgendes aus. Der hat drei Teile. Erstens, es gilt, wenn ich 1 durch 2pi mal das Integral minus pi bis pi über die dn von u nehme, unabhängig von dem n, dann kommt da immer 1 raus. Das ist schon mal gar nicht schlecht, weil dadurch wird das Ganze ein bisschen handzahmer. Das ist Formel 2 für den Wimskript. Die zweite Eigenschaft, und das ist jetzt halt eben so ein bisschen problematisch, die dn nehmen sowohl positive als auch negative Werte an. Und das dritte, wenn ich hier sozusagen den Betrag nehme, also ich schaue mir quasi die L1-Norm an von dem dn, dann ist das Ding in unbeschränkt. Das heißt, wenn ich dieses Integral hier im Grenzübergang entgegen unendlich betrachte, dann ist das unbeschränkt. Und unbeschränkt ist halt für uns ja in der Funktionalanalyse immer unschön. Also da ist immer so ein bisschen gefriemelt. So, da wollen wir jetzt anfangen, das zu beweisen. Das werden wir in dieser Folge jetzt nicht mehr ganz schaffen. Aber zumindest Teil 1 kriegen wir noch gut hin. Weil man würde auch eigentlich meinen, dass Teil 2 relativ einfach ist. Das Problem ist nur, man kann keine festen Stellen angeben, an denen das Ding das Vorzeichen wechselt, sondern man muss da tatsächlich so ein Mittelwert-Zwischenwert-Satz-Argument machen. Und das gucken wir uns dann mal ganz in Ruhe an. So, also, fangen wir mal mit 1 an. Wir wollen also zeigen, dass dieses Integral hier gerade zu 1 aufgeht. Na, das heißt, wir rechnen einfach mal nach. 1 durch 2 Pi mal das Integral minus Pi bis Pi. Und dann müssen wir hier einfach nur die N von U haben. So, und dann nehmen wir uns jetzt eine der Darstellungen aus 2, 2, die hier besonders schön ist. Nämlich die Darstellung als 1 plus Cosinussumme. Dann ist das hier nämlich gerade 1 durch 2 Pi mal das Integral von minus Pi bis Pi. Und dann steht hier 1 plus 2 mal diese Cosinussumme von K gleich 1 bis N über Cosinuss von K U. So, und das Ganze wird dann eben hochintegriert nach D U. So, jetzt haben wir hier wieder eine endliche Summe. Das heißt, wir dürfen Integral und Summe vertauschen, können dann hier noch ein bisschen was vereinfachen, kriegen dann folgendes raus. Also einmal bleibt hier vorne eine 1 stehen, weil 1 durch 2 Pi mal das Integral über 1, das hat ja dann gerade Maß 2 Pi, das heißt, wir haben hier eine 1 stehen. Ja, und dann kommt hier die 2 raus, das heißt, hier kommt Vorfaktor 1 durch Pi hin. Dann kommt die Summe von K gleich 1 bis N. Ja, und jetzt bleibt hier drinnen eben stehen das Integral von minus Pi bis Pi, Cosinus von K U. Und ich glaube, jetzt ist klar, warum hier der Braten gelaufen ist. Ich klammer das jetzt trotzdem einfach mal sicherheitshalber, weil jetzt kann ich natürlich einfach den Cosinus integrieren. Ja, dann kommt hier hinten also raus. Ja, aber das ist eine Stammfunktion, 1 durch K mal Sinus. Also 1 durch K mal Sinus von K U. Und das hier ausgewertet von U gleich minus Pi bis Pi. Und dann sehen wir schon, okay, wenn ich das jetzt hier einsetze, dann habe ich einmal stehen Sinus von K mal Pi. Das ist in jedem Fall 0. Und einmal habe ich da stehen Sinus von minus K mal Pi. Ja, das heißt, hier verschwindet jeder einzelne Summand. Das heißt, die Summe insgesamt verschwindet auch. Naja, und damit ist dann klar, dass hier in der Gesamtsumme sozusagen nur die 1 stehen bleibt, weil das ist eben dann komplett weg. Ja, das heißt, in jedem Fall ist diese Folge dn auf jeden Fall schon mal nicht ganz ungeeignet. Und in dem Sinne nehme ich das Integral, also quasi die gewichtete Integralnorm. Weil hier haben wir ja keinen Betragsstrich, deswegen auch keine Norm. Aber wenn ich einfach die L1-Norm nehme und ich lasse die Betragsstriche innen weg, dann kommt da zumindest was Vernünftiges raus. Das Problem ist halt nur, nehme ich die Betragsstriche da hin, also gucke mir wirklich die L1-Norm dieser dn an. Dann ist es unbeschreckt. Vielleicht sollten wir das wirklich auch mal hier oben hinschreiben, dass das hier ja im Prinzip das Gleiche ist. Wie, dass die dn bezüglich L1-pp gegen unendlich geht. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal gar nicht schlecht, wenn das mal explizit im Skript Erwähnung findet. Weil das ist letzten Endes ja die Aussage, die hinterher ist. Gut, wie gesagt, die Aussagen 2 und 3 machen wir beim nächsten Mal, weil die sind dann doch ein bisschen aufwendiger, möchte ich nicht sagen, aber teilweise ein bisschen subtiler, da muss man halt ein bisschen gucken. Und dann haben wir aber zumindest schon mal gesehen, warum die Dirichle-Kerne an sich noch nicht ausreichen. Und dann mitteln wir die geeignet zu sogenannten Fayer-Kernen. Und diese Fayer-Kerne, die tun dann genau diese Sachen nicht mehr. Also die bleiben dann in der Norm beschränkt. Die sind immer noch 1 im Integral und so weiter und so fort. Gut, damit bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt eine schöne Zeit. Macht's gut und tschüss.